Heute stellen wir Ihnen den Treffler TGA 560 Präzisionsgrubber vor. Der Präzisionsgrubber reguliert wirksam Wurzel- und Samenunkräuter und bricht Kleegras erfolgreich um, mit einem ganzflächigen und flachen Schnitt ab 2 cm Arbeitstiefe. Die gezackte 10 mm starke Hartmetallschare bietet gleichbleibende Arbeitsqualität über hohe Standzeiten. Der Einzug in den Boden ist auch unter strohreichen und trockenen Bedingungen besonders gut. Die Tiefenführung in der Front erfolgt durch Tandemstützräder. Sie halbieren den Einfluss von Bodenunebenheiten wie Mähdrescherspuren. Dies ist entscheidend für eine besonders flache, wassersparende Bodenbearbeitung. Eine lockere Ablage von Kleegrasstoppeln oder Unkräutern an der Oberfläche ist entscheidend für das Austrocknen. Der dreireihige Striegel unterstützt dies mit seinen strichstabilen Zinken. Zu sehen ist hier ein Sechszylinder Valtra mit 170 PS, wodurch eine Arbeitsbreite von 5,60 m möglich ist. Die nach dem Grubberfeld laufenden Nivellierzinken ebnen den Boden wieder ein, um einen sauberen Bearbeitungshorizont für Folgebodenbearbeitung zu hinterlassen. Haben Sie Interesse am Treffler TGA 560? Dann nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf. Ganz einfach geht das per E-Mail oder rufen Sie uns einfach unter der eingeblendeten Telefonnummer an. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.